Resident Evil 6 Herzlich Willkommen zurück hier bei Let's Play Together Resident Evil 6 Ja, die Szenerie kennt ihr noch gar nicht In der letzten Folge hat der Paul den Rest alleine gemacht Und der erzählt uns jetzt einfach mal Was mit diesem großen dicken Ding passiert ist Und warum er noch lebt Ich möchte kurz anmerken, dass du zu inkompetent bist Weil das gar nicht schwer war Ja, das lag eindeutig an der Steuerung Ja, nein, also ich habe dieses komische Jambi-Randa, sag ich mal, gemacht Erfolgreich? Ja, beim ersten Versuch möchte ich kurz anmerken Bin dann in so einem Vorstuhl hoch In so einer, naja, Arena Wo das Vieh dann durch eine Luke hochgekommen ist Keine Ahnung wie Dann ging die Luke zu Das Vieh hat noch drin gesteckt Also war es noch zur Hälfte da Und dann habe ich auf ganz viel aus einer Gedärme geschossen Und dann war es tot Und dann ist das Ding da eingestürzt Und von oben wurde das Ding geflutet Was ist übrigens hier hinter uns Und dann denke ich, dass es nicht tot war Weil es hinter uns geblubbert hat Weil wir raus sind Und ja, jetzt stehen wir hier Okay, und jetzt ist eigentlich unser Ziel hier rauszukommen, oder? Ja Wir haben uns natürlich in cleverer Weise von der Gedrennung Ach, hier übrigens, dann ist das So eine Scheiße Da, Gedärme Ich würde sagen, es hat sich weiterentwickelt Captain, die Zeit wird knapp, wir müssen weg Müssen wir hoch? Ja, jetzt kannst du hier mit mehrmals A drücken Ist bei mir hier so schnell kriechen Genau, das ist jetzt ganz wichtig Captain, ich kann nicht vorbei Jetzt durch, 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 durch Ruf, ruf, ruf Oh, ich will vor allem warten, dass du es noch geschafft hast Ja Rennen, rennen, ruf, 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 ruf Wow Mein Tor Ich glaube, ich schieße auf die Grenzen Nein, nein 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 Ich würde mich warten beschweren Ich bin so ein Tier Willst du dich mitbeilen? Ja Geh 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 Oh nein Oh nein Hallo Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Links Wir müssen hier weg Ich hasse unter Wasser tun, geht das schon wieder los? Geh 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 Hallo Abgefüßigkeiten Oh nein Ohne dich bin ich aufgeflogen Schlag ihm ins Gesicht Hat mein Arm Ich hab keinen Armen mehr. Nein. Ich hab keinen Armen mehr! Du hast ja jetzt grad wirklich... Was muss ich tun? Äh... Aushalten. Ich hab mir erst mal meinen Arm abgeschnitten. Wirklich? Alter! Das find ich cool, ich muss nichts machen. Ich glaub, das schaff ich. Ja, ich krieg's grad wie so'n Tier. Wir machen jetzt was voll... Ach nee, mein Arm ist doch nicht ab, aber... Eigentlich müsste ab sein. Aber jetzt mach ich was voll geiles. Darüber hab ich dich schon das ganze Let's Plays gefreut! Erste! Ja! Was passiert jetzt? Ich hab nur auf diesem Moment das Let's Plays gewartet, um das spielen zu können. Okay, dann bin ich mal gespannt und hoffe, dass es nicht so viel laggt. Bühne frei! Für Paul! Jee! Jee! Startsvogang! Alter, nein! Alter, bleibt das jetzt so? Nein, du musst glaub ich auch was machen. Ich weiß glaub ich was. Druckabweichung festgestellt. Türen werden verriegelt. Druckablassung eingeleitet. Alter. Das hat so an Seiten so schlappige Dinge. Okay. Oh, wo es geschießt. Am höchsten, wenn es unten ist. Okay. Ich hoffe du blitzt uns hier nicht ins Wasser rein. Alter. Kannst du jetzt irgendwas machen an dem Ding? Nein. Kannst du irgendwie Granaten entschmeißen? Hast du Granaten? Nein. Ungünstig, weil ich hab Granaten. Er lässt dich nicht abwimmeln! Wir müssen ihn erledigen, wenn er total ist! Geh weg! Alter, das ist absolut scheiße zu zielen, du. Boah, der hat mich! Boah! Nicht wahr! Dann am besten mal ein bisschen rum und heil dich. Was das Thema heilen betrifft, bist du ja lustig, ne? Oh, ist eine Kiste! What the fuck? Dph. Z- J- 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 Jetzt kannst du mich heilen Oder? Oder? Warte Du siehst ganz schön mitgenommen aus Das ist mein Freund Und Zombie Peer Jetzt aber nicht Feuer Siehst du noch? Ja, ja Das müssen wir irgendwie dreimal oder so machen Wir haben es bis jetzt zweimal, oder? Einmal Ach, einmal? Das ist aber schön Das Problem, was ich jetzt habe Ich habe was gegen die Moni mehr Oh, jetzt ohne Witz, wenn ich schieße, kann ich leben Bitte? Wenn ich schieße, kann ich leben Kannst du mein Problem recken, aber Also ich recke teilweise echt Unsere Leben, aber Ich habe nicht mehr angemogen So, ich habe Kein Leben mehr Würde ich jetzt einfach mal behaupten Ich kann nur noch mal Ich habe bloß noch eine Schotty mit sechs Schuss Dann bewahr die Okay Okay Oh, oh, das Ding kommt hier hinten Hey, ich habe was gefunden mit Moni Pistolenmoni habe ich gefunden Ich kann sowas von nicht ziehen mit dem Ding rein, das ist echt geil So, warte, warte, warte Ich steh auf, Piercy So, ich schieße auf das rote Ding hier Da kam das, glaube ich, nicht so prickelnd bei dem vier, oder? Nee, natürlich nicht, du Hörst du auf das rote Ding hier hin? Hab ich Dass der auf dem Bauch hat, ne? Ja, ja, hab ich gesehen, diese Kugeln, diese Gedärme, ne? Wie ich jetzt meinen Raketenwerfer vermisse Sind wir nicht so rumgeballert, wie ich es dir gesagt habe Alter, das sieht so geil aus, wie du das machst Ich möchte bitte aufs Wallpaper Also aufs Cover hier, du weißt schon was ich meine Ja, ja, aufs Thumb-Mail Oh, danke Ich hab nix an Munition Ja, ging mir auch so Achtung Wow, Freundchen Ich muss wieder runterkommen, ja Also ich kann dich jetzt nur noch decken Und dir hochhelfen, wenn du auf dem Boden liegst Ja So aus dem anderen bin ich echt nicht nütze Man, du Schwanz, komm wieder runter Wow Wo ist es runterkommen? Kann ich nicht machen? Ja Wow Wo ist es runterkommen? Kann ich nicht machen? Wow Alter Ich hab Munition für Pistole Nein Ich geh bloß in die Nähe davon Krieg noch mehr, Muni Ja, das lässt ja ab und zu mal fallen Wenn du sowas schmeißt und was ist dann auf dem Boden oder sowas gekommen Drittes dort, was dort ist, was explodiert, das lässt ja mit dem Mal stoppen Okay Okay Du, Penetrationskorb Du Raketenwerfer Muni lässt ja nicht zufällig fallen, oder? Ja, ne Wow Oh nein Ja Ja Ja, ich hab's dir das ganze Let's Play übergesagt, weißt du nicht so die sinnlose Moon Gut Wolltest du mir nicht glauben? Wolltest du mir nicht glauben? Ich merke mir das Besser so Kannst du das überspringen oder bist du schon montiert? Ja Also soll ich eigentlich nur auf den schießen, wenn der an diesem komischen Modus ist? Ja, wenn ich den so, wenn er rumnimmelt auf dem Boden Ja Wenn jemand aus dem Kokon rauskommt Okay Vorher muss ich versuchen, dass ich den irgendwie dahin kriege Ich mach derweil mal erstmal die Kisten kaputt Dieser Lachsner Also am besten verhältst du immer so ne Kiste zwischen dir und dem Ja Ja Habe ich auch schon gemerkt Bis So, dass wir das an die Sprühsahne verteilen War ja klar Oh So Wolltest du nicht so die jugend Ja Dann Da Schießt und die sinnlos auf den Das Geh Behinderd Du hast dann noch Wo ist es? Das ist dann eine Mö Ich hab gedacht, ich will auch mal ein bisschen mitmachen. Ja, du bist aber nur uns klar. Das merk ich mir, Freunde, wenn du das nächste Mal auf dem Boden liegst. Ja, liege ich gerade, aber so brauchst du deine Modition nicht, weil du kannst dem dann nur damage. Also noch mehr kann ich dir die Modition treffen. Mach kaputt! Jetzt könntest du zum Beispiel auf die Rotenbringer schützen. Jetzt ist es zu machen. Das ist scheiß Ding, wenn man so fliss. Komm selber auf die Bane, warte, warte, warte. Jetzt oder nicht, Feuer! Ich helf dir. Oh, ich darf von der Leder wieder auf mich dann. Feuer auf das Ding. Ist das kaputt gegangen? Kann ich nicht richtig sagen, aber auf jeden Fall hab ich es getroffen. Er lässt dich nicht abwimmeln. Wir müssen ihn erledigen, wenn er im Pokal ist. Deswegen bin ich Granaten bei dem. Ich hab bei dem im Moment Granaten gesagt. Hupu! Ich hab meine Individu aus, sofern er mich jetzt nicht knallt. Ich hab meine Individu aus. Ich hab meine Individu aus. Oh Gott! Scheiße! Der F.T. noch mal voll Muss erst mal das Leben recken No problem Oh mein Gott Wow, wie verschwunden bist Habe ich genauso viel Leben wie vorhin wieder Wow Scheiße, jetzt bin ich genau in so ein Ding reingeflogen Danke Der erste Kampf denn ist scheiße fun in dem Spiel Hm Hm Oh Ah, guck dir an, was man machen muss. Bäm, Junge. Hingehen und dann antrabbeln. So liebt das. Aber ich erinnere mich. Und wir schießen drauf, wie Idioten. So. Deswegen musste das so sein, dass der Unruhe sich in diesem Gokong verwaltet, damit man hingehen kann. Ah ne, das war jetzt Kacka. Lass den erst mal runterkommen. Achso. Weil sonst können wir den ja nicht angrabbeln. Ja, oh oh. Hoffentlich schaffen wir das vielleicht noch in der Folge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schieße ihn mal auf die Rippen da, dass das andere so auf die andere Seite liegen. Ja. Gott, fuck. Schieß mal, das Ding hinten weg. Ja, das Ding. Das Hilfe-Maschine auch. Warte, jetzt gehe ich da hin und da das. Was denn drauf schießt? Freimach. Kamos. Okay. Jetzt muss das erst mal, wenn das Ding wieder unten ist, muss man die Dinger wieder wegschießt. Okay. Ich habe eine Frage, können wir hier die Aufnahme kurz unterbrechen, die Folge, oder? Na, aber du hast ja keine Zeit, die zu ordnen, also. Und was ist, wenn wir Escape drücken? Hm, er hält das Spiel nicht an. Ach so, okay. Na gut, liebe Freunde, dann verstecke ich mich mal hier hinten in der Ecke. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir das Spiel zum letzten Mal erledigen. Oder den finalen Kampf vorführen. Bis gleich. Oder bis zur nächsten Folge. Oh Gott.